Ahoi Leute! Ja, heute mal ein Video aus meiner Wohnung und nicht aus der Kombüse. Es ist glaube ich auch schon ewig her, dass ich die Kamera überhaupt hier hatte. Naja, auf jeden Fall. Ja, es gibt ein paar kleine Neuigkeiten mal wieder. Ich habe letztens erzählt, dass das Nasenschild angebracht werden soll. Und das ist jetzt wirklich passiert. Leider habe ich nicht geschafft, die Kamera mal drauf zu halten. Aber wenn ihr bei uns vorbeifahrt, dann könnt ihr mal drauf achten auf jeden Fall. Das Ganze ist ein kleines, aber feines Nasenschild an der Seite der Grubenstraße. Ja, leider ein bisschen... Also es hätte auch ein bisschen größer sein können. Allerdings habe ich euch schon mal erzählt, das wäre dann mit dem Bauamt... Ja, hätte das ewig gedauert und würde wahrscheinlich erst in zwei oder drei Monaten dann angehängt werden können. Naja, aber mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Klein, aber fein, wie gesagt. Und ja, wir haben ein paar Sachen in Planung gerade. Und zwar haben wir demnächst eine neue Karte. Und zwar genau ab dem 2. September. Das ist nächster Mittwoch. Ja, ganz einfach, weil dazwischen der Ruhetag ist und weil wir halt auch dafür ein paar Sachen vorbereiten müssen. Eigentlich hätte ich es am liebsten am Montag gehabt oder sogar schon Ende dieser Woche. Aber das wäre ein bisschen, ja, zu kompliziert gewesen, das zwischendrin wirklich alles umzustellen auf eine neue Karte. Deswegen machen wir das jetzt zum zweiten. Ist ja auch die Herbstkarte. Also passt das, denke ich, mal auch ganz gut. Und ja, die werdet ihr euch gleich mal vorstellen. Aber wir haben noch eine andere Sache vor. Und zwar wollen wir diese Woche, deswegen haben wir auch die Karten nach hinten verschoben, gerne auch noch zusätzlich Cocktails anbieten. Ja, wir haben eine kleine Cocktailkarte gemacht und wollen die jetzt sozusagen am Freitag das erste Mal ausprobieren, wie das ankommt bei den Leuten überhaupt. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das schon mal erzählt habt, wir haben ja diese ganz besonderen Bio-Kräuterliköre von Senta Tonics, diesen Cockmock, Moonwalk und Venus Wave. Ja, also ich finde die auf jeden Fall super, super lecker. Und auch wenn man damit Cocktails oder halt auch andere Sachen zusammen mixt, Longdrinks, was auch immer, finde ich wirklich, ist ein super Geschmack. Ja, deswegen wollte ich da gerne einfach mal, oder wollten wir gerne einfach mal eine Cocktailkarte machen, die vielleicht sich ein bisschen von den anderen, die es so gibt, einfach ein bisschen unterscheidet. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie das ankommt. Wie gesagt, am Freitag wollen wir das erst mal ausprobieren. Und ja, ich bin sehr gespannt. Die Karte werde ich hoffentlich schon, wenn ich das Video hochlade, auch auf der Homepage haben. Das heißt, ihr könnt auch unten dann im Link schauen, wie, ja, was es alles geben wird. So, dann habe ich ja letztes Mal schon erzählt, wir haben das erste Konzert in Planung. Und zwar am 5.9. Unpainted Blue. Habe ich schon mal verlinkt. Letztes Mal kann ich diesmal nochmal machen, für die, die es noch nicht gesehen haben. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, wie das wird. Das ist so ein bisschen mit Synthesizer, Elektro und einer wundervolle Sängerin. Ja, könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Und dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr auch vorbeikommt. Und der Eintritt ist frei auf jeden Fall. Es wird ein Spendenhut dann rumgehen. Also ihr könnt auch einfach so vorbeikommen und könnt es euch anhören. Ja, eine Woche später ist dann auch schon durch das zweite angesetzt. Und zwar sind das die Sublights. Ja, packere ich auch mal den Link drunter und das Video. Auch sehr schöne Band, könnt ihr euch mal anhören. Und ja, auch da wird der Eintritt frei sein auf jeden Fall. Das heißt, ihr könnt auch einfach spontan vorbeikommen und mal reinhören. Und wenn es euch gefällt, dann bleibt ihr halt. Und wenn nicht, dann geht ihr halt wieder. Ja, wir sind noch gerade dabei, Frühstück zu planen. Und zwar fürs Wochenende. Allerdings, wann genau das sein wird, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich wird es noch ein paar Wochen hin sein, dafür, dass wir uns dafür, weil es ist früh am Morgen, dass wir dafür halt noch ein paar, noch die Karte uns erstmal sozusagen ausdenken müssen, kalkulieren müssen und so weiter. Ein paar Zutaten, Zubehör besorgen müssen dafür. Und auch Geschirr wahrscheinlich, also anderes Geschirr, als wir jetzt haben, fürs Frühstück. Mal schauen. Ja, deswegen wird das noch ein bisschen dauern, aber ich hoffe, das wird auch relativ schnell dann da sein. Denn, ja, es wurde auch schon öfter mal nachgefragt. Also nachgefragt auch und es wurde auch, ich glaube, in Rostock Vegan, also in der Facebook-Gruppe Rostock Vegan, wurde auch schon mal behauptet, dass die grüne Komöse schon Brunch anbietet. Aber, ja, leider nicht. Ja, war sogar schon mal jemand bei uns. Eine junge Dame, die wollte gerne, also hat verzweifelt nach was Veganen zum Frühstück gesucht, hat dann von uns quasi aus unserer Karte einfach die Klappstelle genommen, weil wir gesagt haben, halt, wir haben noch nichts. Das war auch morgens um, weiß ich nicht, 9 Uhr oder so ähnlich. Da hatte ich auch noch nichts fertig. Ja, darüber war sie auf jeden Fall sehr glücklich, aber es wäre natürlich schön, wenn man da wirklich was Ordentliches anbieten könnte. Okay, ich labere für zu viel. Okay, dann zur neuen Karte. Ihr habt ja die alte Karte mal gesehen, die habe ich ja mal in die Kamera gehalten, wie wir die gemacht haben. Es war ja quasi bloß diese dicke, also diese Pappe, weiß ich ja nicht, aber dickeres Papier zusammengehalten mit Eisenringen. Ja, der Vorteil war, dass es ohne Plastik war. Der Nachteil war, dass wir erstmal konnten wir es nicht selber ausdrucken. Das heißt, wir mussten zur Druckerei gehen, mussten das ausdrucken lassen, weil so ein dickes Papier, weiß ich nicht, was es da für Drucker gibt, die man sich für zu Hause kaufen kann, die so ein Papier drucken können. Und das andere war, dass sie halt ziemlich schnell ausgenuppelt sind. Also ich habe zwar diese Eisenringe in die Löcher reingemacht, also diese Eisen-Nitten oder wie das heißt. Ja, trotzdem waren die ziemlich schnell ab, sind durch die Gegend geflogen quasi und das Papier hat sich nach und nach einfach aufgedröselt. Also wir haben jetzt zwei Morte aufgehabt und hatten quasi 40 Karten. Die sind jetzt alle so ziemlich hinüber, sozusagen. Ja, deswegen ist das jetzt auch nicht super ökologisch in dem Sinne. Ja, deswegen haben wir auf jeden Fall Verzweifelter eine andere Möglichkeit gesucht. Haben einige Pappkarten gefunden, die allerdings so extrem teuer sind, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt. Die zwar total schön sind, aber dann mit, ich glaube bei uns sind es jetzt sechs Seiten. Oder sieben Seiten. Da würde dann eine Karte, würde dann so 40 Euro oder mehr kosten. Also ja, ganz schön teuer. Deswegen haben wir das gefunden. Ja, das ist sozusagen in einer Holzoptik. Also es ist auch echtes Holz und ist sozusagen Holzwurmoptik. So hieß das. Und es ist sozusagen, ja, die Umrandung der Karte wird mit solchen Schnür zusammengehalten. Leider ist es, weil wir das nicht anders hingekriegt hätten, auf die Schnelle sowieso nicht, mit Plastik einschieben. Aber ich hoffe mal, wenn die einfach länger halten, dass sich das dann trotzdem lohnt, sozusagen. Und außerdem, wir können halt wirklich, ja, können halt wirklich selber ausdrucken an unserem Drucker und können das sozusagen von oben einfach reinschieben. Deswegen bin ich mit der Methode jetzt ganz glücklich. Wir hatten zum Beispiel auch einmal eine gehabt. Das war irgendwie, also es war Kunstleder. Also die hätten wir ja nehmen können zum ganz günstigen Preis von einem Gastro-Ausstatter in Rostock. Ja, wollten wir auch nicht. Erstmal, weil das Kunstleder trotzdem irgendwie nach Leder aussieht. Weil es komisch riecht. Und weil Kunstleder jetzt auch nicht gerade das ökologische Produkt ist, das es überhaupt gibt. Ja, gut, deswegen, ja, hat mir das ganz gut gefallen. Auf jeden Fall, die Karte ist jetzt schon, ja, habe ich jetzt schon einmal reingepackt. Die ist allerdings noch nicht so, wie sie später aussehen wird. Allerdings vom Inhalt her stimmt sie ungefähr. Ja, ihr hattet einmal gesagt, dass ich die letzte Karte vorstellen soll. Deswegen wollte ich das gerne bei dieser machen, zumindest teilweise. Ja, die Salate sind größtenteils so geblieben. Wir haben jetzt noch einen ganz kleinen Salat. Also einen kleinen Salat. Weil, ja, es wurde, kam oft das Feedback, dass unser mittlerer, also damals unser kleiner Salat, jetzt unser mittlerer Salat einfach zu groß ist. Und dass einige einfach nur ein wirklich ganz kleines Salatschildchen haben wollten. Zum Beispiel auch, wenn man zu einem Gericht, wo kein Salat dazugeht, zum Beispiel zu den Nudeln, sich einfach einen kleinen Beinlangen Salat dazu bestellen kann. Und dann ist gut. Ja, deswegen haben wir jetzt einen kleinen Salat, mittleren Salat und einen großen Salat. Wieder mit gebratenem Tofu. Dann gibt es die Suppe des Tages, jeden Tag wechselnd. Die Vorspeisen sind auch so geblieben, für die, die jetzt noch nicht in die Karte geschaut haben. Das sind einmal die gefüllten, gratinierten Tomaten mit Balsamico-Reduktion. Dann die Nusscreme, welche in den Blütenmandel. Also sozusagen eine Cashew-Nusscreme. Und das Rote-Bete-Carpaccio mit Nuss-Parmesan und Balsamico-Creme. Und Rucola. Ja, dann die Hauptspeisen. Wir hatten vorher jetzt fünf Hauptspeisen, haben jetzt wieder fünf Hauptspeisen. Und zwei sind auch so geblieben. Und zwar sind das die beiden beliebtesten, wobei mir auch schon einige angeschrieben haben, dass die wieder drauf bleiben sollen. Und zwar sind das die Linsenthaler mit fruchtigem Chutney, Ketchup-Soße und Quinoa. Und das Kombüsengulasch mit Gewürz-Kartoffelspalten. Ja, die beiden sind auf jeden Fall drauf geblieben. Sind auch saisonal beide anpassbar. Also das fruchtige Chutney kann ja zum Beispiel mit Obst gemacht werden, je nach Saison. Und ja, das Gulasch im Endeffekt genauso. Ja, also wie gesagt, die beiden sind echt unsere Renner bei uns. Dann haben wir als neues Gericht die Tagliatelle mit würziger Pilz-Ram-Soße. Ähm, bin ich ehrlich gesagt ein riesen Fan von, von Nudeln mit Pilz-Ram-Soße. Und die ist auch bei uns ohne Soja. Es steht jetzt übrigens dran. Also Soja-frei, Gluten-frei, Soja-frei. Also man kann das ganz einfach, wenn man das Soja-frei haben möchte, steht es eigentlich bei jedem Gericht dran. Wenn ich es nicht vergessen habe, ich habe es hier nämlich... Nee, stimmt nicht. Ich habe es schon bearbeitet, aber nicht auf der Version. Ähm, ja, steht auf jeden Fall jetzt überall dran. Das heißt, ihr könnt das ganz einfach nachschauen. Und genau, die Pilz-Ram-Soße machen wir aus Cashew-Sahne. Dann haben wir als neues Gericht ein Seitan-Gyros mit Krautsalat und Cashew-Taziki. Ich hatte ja mal irgendwann gesagt, dass wir keine Fertiggerichte auf der Karte haben wollen oder Fleischersatzgerichte. Ich glaube, ich hatte Fertiggerichte gesagt. Weil, ja, vegan für mich eigentlich mehr ist als nur dieses Ersatz von Fleisch. Ähm, allerdings in dem Fall muss ich sagen, ich habe, glaube ich, jetzt ein- oder zweimal als Tagesgericht das Seitan-Gyros ausprobiert. In verschiedenen Variationen auch allerdings. Aber es ist jedes Mal gelaufen wie verrückt. Also, wenn ich Seitan-Gyros aus dem Anschein hatte, dann kamen ganz halt nur Tagesgericht, Tagesgericht, Pilz-Rampagne, Tagesgericht, Tagesgericht. Ähm, ja, das war echt der Wahnsinn. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir das wirklich einfach mal auf die Karte nehmen und schauen, ob das auf der Karte wirklich genauso gut ankommt. Dann haben wir ein indisches Kürbiskurry mit Lupin-Tempeh und Basmati-Reis. Weil jetzt auch natürlich die Herbstkarte ist, muss natürlich auch ein Kürbisgericht drauf sein. Und den Lupin-Tempeh habe ich jetzt gerade, haben wir jetzt gerade neu entdeckt. Und das ist halt auch eine schöne Variante, um einfach, ähm, ja, Tempeh zu essen ohne Soja sozusagen. Dadurch ist das Curry-Gericht halt auch Soja-frei und Gluten-frei natürlich. Und ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ja, und da oben drauf gibt es natürlich auch noch das tägliche Tagesgericht. Also jeden Tag wechselnd, meistens jeden Tag, jeden Tag wechselnd. So, dann haben wir noch, ähm, Desserts. Und zwar haben wir den Schoko-Kokostraum mit Himbeerkoli auch drauf gelassen, weil der auch sehr, sehr beliebt ist. Wir hatten davor noch eine Orangen-Mango-Creme mit Cashew. Das haben wir jetzt sozusagen runtergenommen, weil die auch, ja, nicht so gut gelaufen ist. Beziehungsweise viele haben gesagt, also die Orangen-Mango-Mouche ist lecker, aber Schoko-Kokostraum ist sehr viel, sehr viel leckerer, ja. Ja, deswegen haben wir jetzt einen Schia-Pudding mit Apfel-Mango-Mousse und Kokos-Topping, der dann gleichzeitig auch, ja, sojafrei ist und roh ist und glutenfrei. Genauso wie auch der Schoko-Kokostraum. Also wir haben wieder zwei rohe Desserts sozusagen. Ähm, obwohl ich weiß nicht, weil wir den Schia-Pudding mit Mandelmilch ansetzen. Ich glaube, ne, die Mandelmilch ist jetzt nicht roh. Also es ist kein rohes Dessert mehr, aber auf jeden Fall zuckerfrei, glutenfrei, sojafrei. Ja, dann haben wir auch noch die Gerichte für kleine Leute. Ich stelle jetzt noch die ganze Karte vor, wie ich gerade merke. Und zwar hatten wir vorher, ähm, ja, solche Kartoffel-Gemüse-Röstis, aber viele Kinder wollen einfach das, was sie kennen und das, was sie, das, was sie kennen. Deswegen haben wir das jetzt einfach einfacher gemacht und haben jetzt die Piratenpuffer, sind jetzt Kartoffel-Rösti aus frisch geriebenen Kartoffeln mit hausgemachtem Apfelmus oder Ketchup. Mit hausgemachtem Ketchup quasi, also auch ohne Zucker. Und die Seemannsknoten waren vorher mit Pilzrahmsoße, sind jetzt mit Tomatensauce, weil sich auch oft Kinder statt der Pilzrahmsoße die Tomatensauce gewünscht haben. Ich hatte das drauf gemacht, weil ich das als Kind sehr, sehr gerne gegessen habe. Also Pilzrahmsoße im Allgemeinen zu allem möglichen, damals natürlich noch mit Sahne. Aber, ähm, ja, die Kinder von heute mögen einfach mehr Tomatensauce anscheinend. Egal. Jo, ja, die Snacks haben wir auch ein bisschen verändert, da sind ein paar Sachen rausgeflogen. Wir haben immer noch die Rohkost-Chips natürlich, dann haben wir jetzt auch die Rohkost-Energiebällchen, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Die knusprigen Kartoffelspalten einfach mit Mayo und Ketchup. Dann kann man nochmal extra die Lupinen, Tempitala, den Ketchup und die Mayonnaise auch nochmal extra dazu bestellen. Ja, Getränke muss ich jetzt glaube ich gar nicht durchgehen, oder soll ich? Ähm, ja, Smoothie natürlich. Wir haben alle unsere Bio-Zisch-Limonaden, also alle unsere Limonaden vom Bio-Zisch, also von Völkel bis auf drei von Proviant Berlin. Und wir haben eine Premium-Cola, die Kollektivisten-Cola mit hohem Koffein-Gehalt, fair, transparent und anders. Ähm, die sind quasi genauso nicht bio-zertifiziert wie wir, machen es aber irgendwie trotzdem. Ja, deswegen, ähm, fand ich das irgendwie sehr schön, die ins Programm mitzunehmen. Ja, die Säfte sind alle von, äh, Völkel, eine Riesenauswahl. Sagt schon, hehehe, Kaffee ist 100% Arabica, Bio und Fairtrade in verschiedensten Variationen mit, ähm, ja, standardgemäß mit Sojadrink, ansonsten auch wahlweise mit Hafer, Dinkel oder Mandelmilch. Dann haben wir den Eilis-Tee, den Bio-Fairtrade-Tee in verschiedenen Sorten und noch den Tee aus dem Pomergarten, Kräutergarten-Pommernland. Und dann, ähm, ja, Störtelbecker, also das Bio, also Störtelbecker hat ja einige Bio-Biere, die haben wir auf der Karte, außerdem das Pinkus, ähm, die Sensatonix, habe ich ja schon erzählt, Cockmock, Moonwalk, Venus Wave und eine riesige, naja, eine relativ große Beinkarte. Okay, ja, wie gesagt, am Design, ähm, arbeiten wir gerade noch ein bisschen, deswegen, ja, ich hoffe mal, dass das bis nächste Woche, Dienstag, fertig werden wird. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die neue Karte ankommt. Und, ähm, ja, bin jetzt durch die neue Karte auch einfach ein bisschen flexibler. Falls jetzt irgendwelche Sachen, weiß nicht, falsch geschrieben wurden, dann können wir das relativ schnell ändern, können einfach ein Blatt austauschen und müssen nicht gleich nochmal zur Druckerei rennen und wegen einer Seite fordern Rückstätte neu drucken lassen. Die Karte, so wie sie jetzt fertig ist, also sie wird, wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt, die wird nochmal ein bisschen geändert, die packe ich euch auf jeden Fall schon mal auf die Homepage, ähm, schreibe irgendwie hin, vorläufige Herbstkarte. Könnt ihr gerne schon mal reinschauen, wenn ihr möchtet und, äh, mir vielleicht Feedback geben, äh, zu den Gerichten natürlich auch, aber auch, wenn ihr Rechtschreibfehler findet, ähm, ähm, also eigentlich habe ich jetzt alles fünfmal durchgeschaut, aber, ja, man selber sieht das immer nicht so ganz. Und letztes Mal war es auch so, da habe ich die ausgedruckt und habe die quasi bei euch, äh, also euch online gezeigt und ihr habt alle tausend Sachen gefunden, die noch geändert hätten werden sollen. Deswegen, ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr mich da auch ein bisschen, ja, wenn ihr mir da ein bisschen durch die Arme greift und uns helft, ein bisschen Papier zu sparen, denn, ja, jetzt habe ich es nur einmal ausgedruckt, wenn ich es dann nachher 20 Mal ausgedruckt habe für alle Speisekarten, dann ist das nicht mehr so toll, wenn man alles nochmal ausdrucken muss. Jo, viel dazu. Ich hoffe, das ist nicht allzu lang geworden, das Video jetzt und war trotzdem spannend. Ähm, ja, wir sehen uns demnächst nochmal wieder. Ich plane auf jeden Fall demnächst übrigens die T-Shirts, also für die vom Crowdfunding, die T-Shirts zu bestellen. und, ja, ich würde mal sagen, in ein paar Wochen, hoffentlich, werde ich das über die Bühne gebracht, haben, bekommen, haben, bekommen, sein, tun, getan. Und auch die Brettchen und alles, was wir noch so verschicken wollten, werde ich dann hoffentlich endlich mal fertig haben. Auf jeden Fall plane ich es. Ich hoffe, dafür ist genug Zeit nebenbei. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche und, ja, vielleicht sehen wir uns ja mal. Ansonsten bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017